Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reap of Souls Season 8. Ja, wir haben das letzte Mal probiert den Ring zu finden. Jetzt habe ich auf Qual 6 gestellt und jetzt werden wir nochmal probieren. Das sollen wir nicht, liebe. Das haben wir das letzte Mal geplant. Wir haben keine Steine. Hm, komm wir machen das. Ich will unbedingt den Ring. Die wertvolle Nerze. Dankeschön für die schlechteste Quest, die es gibt in diesem Universum. Ja, das ist schon ein bisschen schwer. Müssen runterstehen. Scheiße. Ich bin einfach noch ein bisschen squishy. Ich fräck noch. Aha, und noch ein... Also, was ist der, ist eins? Aber ich habe irgendwie gehört, dass irgendwo ein Ding ist. Also jetzt haben wir 5. Jetzt kommen wir aber immer noch viel Schaden, weil diese Scheißteile immer so stark sind. Die da. So. Auf jeden Fall mehr planen. Besser planen. Da ist ein Goblin. So. So. Noch ein bisschen. Gut. Sehr schön. Hier haben wir mal ein paar Smaragden. Dann drei Edelsteine. Also, es ist beides dort unten. So. Dankeschön. Ja, ich werde auf jeden Fall das noch ein bisschen weiter so durchziehen, das Diablo 3 Let's Play. Ähm, ich habe ja gesagt im heutigen, ähm, ja, Dragos News, das müsst ihr unbedingt schauen, das Spezial, Folge 6. Ähm, dass ich einfach mich mehr konzentrieren muss. Sonst komme ich da nie vorwärts und alles mögliche. Auf jeden Fall muss ich einfach sagen, dass ich wahrscheinlich nicht mehr Diablo 3 Let's Playen kann später. Ja, ich hoffe es jedenfalls noch. Das hoffe ich dringendst. Ähm. Sonst eben, bis der Event mit dem Diablo 1 rauskommt. Und, bis dann der Ding rauskommt. Der Necromancer, genau. Also. Ich brauche mehr Zeit. Es kann halt einfach für manche Leute nicht mehr so toll sein, auf meinem Knur zu sein. Aber bitte, die abonniert mich nicht einfach. Es kommt immer wieder. Schreibt mir, wenn ihr irgendwas braucht, gell. Es ist wichtig. Dann kommt, bekommt ihr es auch. Wenn ihr nichts sagt, bekommt ihr es nicht. Also. Wisst ihr, ich bin kein Werbe-Let's Player. Ich bin ein Let's Player, der die Spiele spielt, weil er sie mag. Und wenn er sie halt nicht mehr mag, dann muss er halt zurückruten. Auf jeden Fall ist es halt alles so ein bisschen stressig geworden mit den vielen Let's Plays. Und, ähm, ja. Kann ich halt nichts anderes als ein bisschen zurückrudern. Auf jeden Fall bin ich jetzt momentan scheiße drauf, weil mein Röcken kaputt ist, meine Knochen kaputt sind und alles. Also. Ich fühle mich so krank momentan. Das ist Wahnsinn, wie krank ich mich momentan führe. Ja, ich tue aber eben jede Hilfe annehmen und wird es natürlich auch einsetzen. Und, ähm, ich werde sicher noch Diablo 2 Let's Playen. 100 Pro. Aber, ja, Diablo 3 eben erst, wenn etwas Neues kommt, gell. Und ich mache Gameplay über die neuen Sachen, das ist klar. Aber, ähm, ich kann halt nicht einfach Sachen machen, die anderen nicht interessiert. Die anderen Let's Plays sind zum Beispiel eben nicht so beliebt gewesen. Puff of Exa muss ich beenden, weil ich es einfach nicht mehr kann. Weil das Spiel langsam zu unfair wird und so weiter. Und zu schwer einfach. Wenn es deutsch rauskommt, dann mache ich es sicherlich noch ein bisschen weiter. Aber bis dann kommt es leider nicht mehr. Ähm. Ich höre aber auf jeden Fall, ähm, wieder neue Spiele spielen jedenfalls. Aber eben immer nur sehr wenig. Weil sonst wird es mir zu viel. Und es wurde mir zu viel wegen den schlechten Knochen und Muskulatur und alles Mögliche. Ich bin ja ein Sportler. Ich müsste eigentlich so viele Muskeln haben, dass ich alles ohne Probleme aushalten kann. Aber ich bin schwer krank. Ich habe schwere Autoimmunerkrankheiten, die es mich einfach nicht möglich machen, da irgendwie mehr zu machen. 24 Stunden Streams. Schaffe ich nicht. Ich schaffe zwei Stunden Streams. Und vier auf jeden Fall auf einem Tag. Aber das war gestern schon hart am Limit. Das waren ja drei, ja, das waren fünf, glaube ich, oder? Oder vier. Ja. Irgendwas war es schon. Auf jeden Fall eine Zahl. Aber ich bin glücklich, ich habe den FC Basel. Ich möchte noch dringender zum FC Basel. Egal wie ich ihn unterstützen kann, ich möchte ihn unterstützen. Und das wird halt schwer. Gut. Ich habe jetzt eigentlich alles gesagt, was mir einfach auf dem Herzen liegt. Und ich werde auf jeden Fall mich noch bessern. Aber das müsste ich sagen, wenn etwas negativ ist. Ich finde ja immer, die Leute sagen es nicht. Und dann hauen sie ab. Fertig. Und genau deshalb komme ich ja nicht über 500 Abonnenten. Es sind immer weniger. Ich hatte, glaube ich, schon mal fast 500 Let's Player vor einem Jahr oder so. Die sind alle weg. Also auf jeden Fall ist das jetzt am besten schon. Klar. Aber natürlich bin ich unglücklich. So. Danke, du Nudel. Tja, ja. So. Jetzt haben wir schon bald fertig mit 30. Auf einem Teil. Ja, und wenn es langweilig ist, sagt es mir bitte auch. Ich will jetzt einfach diesen Ring haben. Jetzt mache ich die Kopfgelder immer wieder. Wenn Blizzard so blöd ist, dann liegt es am Game und nicht an mich. Okay. Das liegt nicht an mir. Das liegt an Blizzard. Das liegt an Blizzard, dass die das so schlecht machen, dass ich nicht das getroppt bekomme, das ich haben möchte. Also sie machen es ja, dass es immer droppt. Also immer öfters droppt. Also sollten sie es auch so machen, dass es Spass macht. Und das macht es nicht. Ich will ja den Ring eigentlich auch schon lange haben. Für den Würfel. Ja, ja. Ach, liebe ich das. Ich liebe es, weil ich es liebe. Das schnelle Wirbeln vom Säger. Die machen nicht mehr so viel Damage. Ich bin noch zu squishy. Ich habe es ja in der letzten Part schon gesagt, dass ich mich einfach zu squishy finde. Auch den Zyklon Warrior aus Path of Exile. Tja. Okay, ich habe schon den besiegt. Ich wusste gar nicht, dass ich den besiegt habe. Aber es muss ganz am Anfang gewesen sein oder so. Ja, ja. Noch keiner. Also dann halt noch mal, wenn ihr halt so weit kommen wollt. Ah, noch mal einer. Ah, jetzt habe ich ihn schon gemacht. Äh, der Feuerteufel. Nein, nicht schon wieder der Feuerteufel. Ah, nein, das ist der andere. Das ist ja die Flete-Maus. Also machen wir mal ein bisschen schneller, ha? Auf jeden Fall muss ich da irgendwo hingehen. Ja, hier wahrscheinlich nicht. Aber da kann ich runter. Nein. So. Ja, jetzt nervt nicht. Die kommen auch erst jetzt raus. Also hier ist nix. Mist! So ein scheiß nerviges Teil da. So ist diese Scheiß-Kathedrale so. Nervig. Was? Ein Goblin? Wo ist der Goblin? Da drehen. Lol, den habe ich am Anfang gar nicht gehört. Gut. Vielleicht soll ich wieder ein bisschen lauter machen. Die Goblins sind so extrem leise. Und wie machen wir das am besten? Was ist Goblin? Sprachlautstück. Soundeffekt. So. Ja, ja. Das mit dem Sound, das habe ich immer Probleme. Den Sound richtig zu machen, habe ich immer Probleme. Ich weiss nicht, wie ich das lernen soll. Es ist immer pro Spiel, ist es anders. Lass mich mal. Jetzt kommt mal hier rüber, ihr ritten Uran. Ihr Flasch. Ich werde eventuell bald die Uran anders machen, weil ich brauche ja nicht mehr ganz so viel Ding. Da ist er ja, der Feuertöfel. Scheiss Federmaus. So. Nächstes. Südliches Hochland. Oh, ihr seid ja stark. Aber auch nur mit dem Uran, äh, Berserk. Moin zusammen. Ich brauche schneller. Noch nicht bereit. Ich war schneller. Ja. Wenigstens Helmond. Ist noch beliebt in meinem Clan. Naja, halt alle Clan sterben aus, dank Blizzard. Und dann steht da halt auch bald aus, aber ich hoffe es ja nicht. Einfach mal ein bisschen mehr durchhalten, liebe Leute. Einfach mal mehr durchhalten. Alle sind langsam so faul, dass sie wirklich nichts mehr durchhalten können. Es nervt einfach. Ich weiß, ich habe es auch mal gehabt. Aber das nennt man Depressionen, wenn man nichts aushält. Wenn man nichts aushält, dann hat man die Depressionen. Das ist nun mal so. Nicht schlimme Depressionen, natürlich. Auf jeden Fall. Müsst ihr euch halt einfach ändern. Aber ich leite darunter sehr, wenn nicht mehr Leute rausgehen, wieder mich deabonnieren. Ständig. Tja. Aber wir müssen wieder Leute am mecken. Oh, ich will endlich wieder Reptus. Oh. Oh, jetzt muss ich dich wieder deabonnieren. Das hat nun mal so. Das ist mein Leben, nicht euer. Und wenn ich nicht zufrieden seid, dann haut ab. Oder sagt es wenigstens. Die Intelligenten sagen es, was ich halt falsch mache. Und die Dummen, die gehen halt einfach weg. Oder die, die, äh, der, ähm, Disliken mich oder so etwas. Ich hatte ja noch nie so feste Probleme. Ich kann nichts mehr aufgeben. Ich habe gar keine Probleme. Mit der geeignetenCOM- Leeuenser bl Thai-Neun. Scheiße! Manager-Goblin. Cool, hey. Ich habe die Belohnung bekommen. die Belohnung für mein Kämpfen in den letzten Tagen. Habe ich es jetzt aufgesammelt? Ja, gut. Das Dickerchen. Habe ich doch schon. Das ist anders. Das ist eine... Aha, ich dachte, das ist ein Scharf, sei das. Ich nehme den mal. Uh, das sieht auch cool aus. Das mag ich. Das sieht man wenigstens auch. Ja, halt doch die Fresse jetzt. Du nervst. Tschüss. Ah ja. Ich bin voller Emotionen momentan. Ja, ja. Jeder Fan von Diablo 3 meint immer, ja, sie müssen das komplette Set tragen, das am besten ist. Und dann ist das Spiel vorbei. Wieso denn? Was ist denn genau das Richtige? Was wollt ihr denn? Es ist immer etwas anderes, aber es ist immer gleich irgendwie. Ja, da ist sowieso toll weiß. Weißt du, ich habe einfach ein Ding bekommen. Ach Gott. Ich muss nur einen machen. Ah, ja. Ich wollte doch noch da die Sachen kaputt machen. Verschrotten. Das ist scheiß Zeugs. Ah, ja. Sortieren muss ich auch mal. Mach's nie. Hm. Ja, ich werde eventuell sogar ein Weble noch weitermachen. Ich mag's einfach. Aber ich werde alle Builds eventuell noch machen können. Ich denke, Blizzard wird nicht so schnell alles Nerfiges einbauen, dass sie da die Seasons schon verwenden müssen wieder nach vier Monaten. Irgendwann werden sie mal längere Seasons machen. Aber ich werde Diablo 2 spielen. Ich werde wieder zurückrudeln. Ich mag Diablo 2. Und ich mag eigentlich auch Diablo 3. Aber wenn die da immer wieder etwas Neues scheiß einbauen, dann habe ich auch keine Lust. Sagt mir mal unten, wie dazu steht. Wenn ich halt einfach ein bisschen weniger Diablo 3 bringe, unterher Diablo 2 oder etwas anderes. Ein Nebenprojekt, ein Nischenprojekt, Actionrollenspiel. Ich werde immer ein Projekt machen, das Actionrollenspiel bietet. Hack'n'Slay sozusagen. Also nur Hack'n'Slay oder das Ähnliches. Es gibt zum Beispiel so einen Ego-Shooter. Ich weiß jetzt den Namen nicht genau. Aber es ist so ein Ego-Shooter, der Ding bietet. Ja, auch Schüsse, Schusswaffen und so weiter. Irgendwo habe ich einen Goblin gehört, aber den finde ich jetzt gerade nicht. Hm. Also ich werde auf jeden Fall Komiker eher, dass ich manchmal auch nicht viele Videos bringen kann. Dafür allerdings was Lustiges vor allem aus meiner Region. Ich will ein bisschen die Region auch unterstützen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das natürlich auch alles schauen. Das kommt auf meinem Kanal hier. Und eventuell auch mal per Twitch, wenn ich das irgendwie kann. Aber es wird schwer. So, jetzt muss ich nur noch den Goblin finden und rauf gehen. Hier ist er nicht. Ist er drin? Wo ist er denn? Vielleicht in dieser Reihe da ist er drin. Nicht. Wo ist der Scheiß-Goblin? Ich brauche ihn. Da. Oh. Dankeschön. Hey. Einfach da mal verstecken und dann erst später. Ich habe das Geräusch erst da oben gesehen. Ich habe das Geräusch erst hier oben gehört. Ist es verpackt gewesen oder was ist los? Da ist er auch nicht drin. Also hierher kommt er nicht mehr da drin. Jetzt gehe ich nochmal kurz hier rüber. Ich will so ein bisschen mehr nach diesen Leuten suchen. Nach diesen Managery-Goblins und die Transmogifikation. Aber wenn ihr das nicht wollt, sagt es mir. Schreibt es in die Kommentare. Der, der das natürlich am erstens sagt, den werde ich natürlich auch die frühe das auch umstellen für ihn. Und dürfen natürlich hunderte das sagen. Schon weg, du Noob. Schon wieder weg, du Noob. Genial. Einfach genial. Also mit einer Gropro, das war mein Traum, schon seitdem sie rauskam in der ersten Version. Etwas zu machen, was ich schon im Fussball oder Kampfsport aufnehmen ist natürlich das Hauptaspektige. Aber ein lustig. Ich werde es immer lustig machen. So. Ich bin ja schon seit Lebzeiten ein guter Komiker und muss es endlich mal rausbringen in die Welt. Tja. Jetzt dachte ich schon. Hä? Gut. Jetzt haben wir schon wieder den gleichen Streitkolben bekommen. Ich glaube es ja nicht. Gleich mal verschrotten. Blizzard macht die aber dreimal ein bisschen besser. Nicht nur wenig. Blizzard, die dumme Kuh des Publishers. Wieso spackt das? Ich habe hier gedrückt und habe gewirbelt. Was ist denn los? Tja. Gut. Ich muss irgendwie noch ein bisschen zäher werden. Ja, ich brauche den noch. Wie viel habe ich jetzt? Sechs? Dann nehme ich hier noch ein paar. Ja, jetzt habe ich ihn. Das habe ich mal besser, stärker. Hier muss ich was verändern? Angestgeschwindigkeit. Auf was? Abklickzeiten. Kritische Treffer schauen. Ach komm. Mach ich mal. Ja. Genau. Abklickzeiten ist sieben. Ja, ist gut. Ähm. Sonst noch? Ja, ist relativ schwach. Waffenwurf gegen Ristum. Das haben wir auch. Und hier er drutscht weg dafür. Wirbelwind, hä? Geht nicht, wirbelwind. Ruf der Uhr an, hä? Nein! Ja, können wir das machen. So, jetzt sind wir ein bisschen zäher für den nächsten Part, hä? Jetzt könnten wir noch ein bisschen normal Ding machen. Aber ich werde dann 29 beenden, hä? Und ich werde keinen zweiten Part heute aufnehmen, weil es mir einfach nicht so gut geht. ja, bin mal gespannt, wie es so ankommt, jetzt nicht den neuen erwähnen, also neuen Plan. fahren. Und, ja, mal gucken, hä? Mal gucken. dann haben wir nächsten Ding schon etwas, das cool Level. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Yes, yes. Deshalb spiele ich auch Bewahren. Die droppen am meisten diese Rinderpartiken. Ach, wie cool. Ach, wie cool ist das denn? Dass ich so früh schon eine Rindebattike bekomme, ist doch natürlich sehr gut, hm? Ja, ich werde ja sowieso nicht das gesamte Rift machen, deshalb... Gehen wir hier mal ein bisschen weiter. Komme ich... Ja, nein. Es ist erst am Anfang. Nein, ich kann den nicht fertig machen. Sonst hätte ich es mal gesagt. Ja, mach es mal fertig. Aber nein, ich möchte das Video nicht zu lange machen, ich will auch kein neuer Part machen. Ich will einfach wieder Schluss machen, weil ich relativ müde bin, hm? Gut. Und zwar ist aufgewachen, es ist 10.15 Uhr, 10.18 Uhr. Ja. Also halt nicht so, tsch, jetzt. Also, dann haben wir einfach diesen Teil hier gemacht und im nächsten Part machen wir dann eine Rindebattike. Und noch irgendwas auf jeden Fall noch kurz identifizieren und das nächste Mal verschroppen. So. Rindebattike und Gürtel des Ordnungsfitus. Könnte ich ja mal aufbauen. So. Rindebattike geht es nach unten. Super. Ja, ja, das wären dann die Besseren. Die müsste ich dann auch noch machen. Ach komm. Tschüss. Dankeschön und viel Spaß mit anderen Videos von mir. Tschüss. honeymost vereinen. Tschüss. Tschüss. zurücker. Vielen Dank.